Das Märchen Das Märchen wanderte schon so lange durch die Welt und war nun schon etwas müde geworden. Es suchte die Menschen, bei denen es sich niederlassen konnte, für eine lange, schöne Zeit. Aber die Menschen schienen nichts mehr von ihm wissen zu wollen. Entweder hatten sie zu viel Arbeit oder zu viele Freunde oder sie waren auch müde geworden. So streifte denn das Märchen durch Dorf und Stadt, von Land zu Land. Aber vergebens, es fand die Menschen nicht mehr, die es geliebt hatten und bei denen es bleiben konnte. Manchmal, wenn es abends die Lampen in den Häusern brennen sah, klopfte es wohl an eine Tür. Die Menschen öffneten ihm auch, aber dann sahen sie es sehr verwundert an, weil es so fremdartig aussah. Und wenn es fragte, kann ich nicht bei euch bleiben, ich bin das Märchen. Dann lachten sie nur und sagten, ach ja, es war einmal, und machten die Tür wieder zu. Nur die Kinder schauten ihm oft mit sehnsüchtigen Augen nach, denn es schien ihnen so schön und geheimnisvoll zu sein. So wanderte das Märchen hinaus aus den großen Städten und kam in einen tiefen Wald. Viele Tiere begegneten ihm. Da war das Eichhörnchen, das so flink von Baum zu Baum hüpfte, die kleinen Waldmäuse, die neugierig in ihren Erdlöchern saßen, die Rehe, die in großen, eleganten Sprüngen durch die Büsche eilten, der braune Bär, der scheu und brummig seines Weges trottete, auf der Suche nach einem Bienenstock, wo er vielleicht etwas Honig stehlen konnte, die Schlangen, die eine Spur wie ein Blitz im Sande zeichneten, und der alte Uhu, der abends immer sein dunkles Schuhuhuhuhu ertönen ließ. Wenn die Tiere das Märchen sahen, umringten sie es alle, denn sie liebten das Märchen, und es verstand ihre Sprache. Eines Tages, als das Märchen so durch den Wald zog, fielen dichte weiße Flocken vom Himmel, und es wehte ein kalter Wind durch die Tannen, und das Wasser auf dem Bächlein erstarrte zu Eis. Und eines Morgens hörte das Märchen es plötzlich ganz deutlich. Es klingelte durch den Wald wie Schellengeläut, es kam näher und näher, und dann sah das Märchen ein zierliches Pferd mit einer bunten Schabracke, das einen Schlitten zog, und darin saß der Weihnachtsmann mit einem runden, roten Gesicht und einem langen, weißen Bart in einem roten Mantel. Er hatte einen riesigen Sack bei sich, der an manchen Stellen schon ganz verschlissen und auch etwas kaputt war, sodass man herrliche Sachen herausschimmern sah. »Weihnachtsmann, Weihnachtsmann«, rief das Märchen, »nehme ich mit dir, es will mich ja keiner haben.« »Ah ja«, rief der Weihnachtsmann, »steig ein!« So fuhren sie durch die Winternacht, der Weihnachtsmann und das Märchen. Und es dauerte gar nicht lange, da sahen sie den hellen Schein aus den Häusern der Stadt. Der Weihnachtsmann band seinen Schimmel fest und gab ihm einen großen Sack Heu. Dann machte er sich auf den Weg zum ersten Haus. Das Märchen folgte ihm auf Schritt und Tritt. Als sie so nah herangekommen waren, dass sie durch das Fenster sehen konnten, da sahen sie einen großen Weihnachtsbaum, an dem viele Kerzen brannten, und um dem Baum herum standen viele frohe Menschen, Kinder und Eltern und ganz Alte. Der Weihnachtsmann klopfte an die Tür. Und ehe sie auch noch geöffnet wurde, polterte er auch schon mit seinem großen Sack hinein, ließ sich ein Gedicht aufsagen und verteilte seine Gaben und manchmal natürlich auch die Rute. Das Märchen aber war leise ins Zimmer getreten. Es lachte glücklich vor sich hin, denn hier schickte es niemand wieder weg. Seitdem geht das Märchen auch heute noch von Haus zu Haus und bringt denen Freude, die es lieben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020